hallo willkommen torsens welt schön dass ihr da seid und reinschaut kommt mit hallo ich bin der torsten das ist mein kanal torsten und seine welt so hallo jetzt werden wir mal loslegen heute werden mein 30 liter tetra becken was ich vor einiger zeit vorgestellt habe einrichten kies kommt rein steine kommen rein paar pflanzen kommen ein den filter kommt rein ich weiß vorgestellte aber am besten wir werden mal loslegen war also bis gleich so 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 so